Jo moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zu Folge 15 von Mac Commander Gold. Heute ist es unsere Aufgabe, den Jaguaren bei der Nachschubversorgung ein wenig auf der Nase herumzutanzen. Wir sollen minimum vier Versorgungstrucks eines Versorgungskonvois unter unsere Kontrolle bringen. Wenn wir es schaffen, alle unter unsere Kontrolle zu bringen, gibt es nochmal einen kleinen Bonus. Denn Spione haben gemeldet, dass die Jaguare sieben LKWs mit Versorgungsgütern durch diese Gegend manövrieren. Diese sind für die Verteidigung der Stadt Effendale absolut wichtig. Unsere Aufgabe wird es sein, so viele wie möglich davon zu übernehmen, um diese Mission zu erfüllen. Es wird unsere, die Eroberung der Stadt wesentlich einfacher machen. Das ist natürlich richtig. Und deswegen bin ich jetzt wirklich am überlegen, ob es so sinnvoll ist, den Awesome jetzt schon wieder zum Einsatz zu bringen. Denn, das sollte man nicht vergessen, der Awesome ist natürlich... Der Awesome ist natürlich ein sehr guter Mech. Mit seinen 80 Tonnen nimmt er natürlich schon ordentlich was an Schaden auf sich, bevor er in irgendeiner Art und Weise zusammenklappt. Aber er ist halt eben auch langsamer. Da muss ich mit mir nochmal in die Bütt gehen, während ich hier noch so die grundlegenden Arbeiten mache. Gehen wir aber erstmal davon aus, dass ich den Awesome auf jeden Fall haben möchte. Deswegen nehmen wir dich da einmal aus, so. Und setzen dich in den Awesome hinein. So, jetzt schauen wir mal, was für Komponenten haben wir. Ich hatte doch gesehen, genau, eine extra Reichweiten-PPK. Ja, ein Gauss-Geschütz wäre natürlich auch nicht schlecht. Da er ja schon ein sehr guter Schütze ist. Ja, warum nicht? Zwei normale PPKs, eine extra Reichweiten-PPK und ein klaren Gauss-Geschütz. Das klingt mir schon noch einer durchaus netten Aktion. So, jetzt muss ich mal gucken hier. Ähm, du da. Ab mit dir. Auch du kommst da erstmal drauf. Ähm. Jep, das lassen wir erstmal so. So, Briefing-Deployment, schauen wir mal. 300 Tonnen, das ist nicht viel. Gucken wir mal, das sind 130. Awesome. Setze ich erstmal da ab. Noch 90 Tonnen. Ähm, das heißt, das heißt, das heißt, das heißt, das heißt, das ist... Auf Öl, ne, guck mal hier, pass mal auf. Haha. Super. Okay, ähm. Ja, versuchen wir es so. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das passt, aber das werden wir sehen. Gehen wir mal davon aus, dass die Jungs hier lang kommen. Gucken, ob er hier den Berg hochkommt mit dem Awesome. Das ist kein richtiger Berger. Ich gehe hier schon mal auf den Eskortieren-Befehl. Ich gehe hier, Herr. Ich gehe hier. Ja. Ich gehe hier hin. Hahaha. Schreib, Gerr. Ich gehe hier hin. Ich gehe hier hin. Okay, das sieht doch schon aus. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Was haben wir da? Da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie. Okay, alles klar, alles klar. Jetzt geht's los, jetzt geht's rund. Hier kommen sie lang, das heißt... Hier müssen wir sie abfangen gleich. Da ist noch ein Catapult. So, hier müssen wir echt schnell sein. Alle in Bereitschaft. So, fünf Mann und auf geht's. Und, ne? Ich steh mal davon aus, das sind die Nächsten. Die werden den Konvoi wahrscheinlich zerlegt haben. Ja, genau. Da hat das Mieter. Ja, da sind die Nächsten. So, sind jetzt natürlich ein bisschen ungenauer mit dem Schießen. Okay, die versuchen gerade nach da zu entkommen. Oh, die werden wir nicht mehr kriegen. Wohl, vielleicht doch. So, jetzt schnell. So, jetzt müssen wir so schnell wie möglich wieder auf die andere Seite des Flusses zurück, weil da sind die restlichen Fahrzeuge. Kein Salvage bisher. Oh, wie schade. So, meine Hoffnung ist, dass wir einfach schnell genug sind, um denen noch den Weg abzuschneiden. Ich fechte, wir werden es nicht sein. Na, da ist schon Feierabend feuchtig, oder? Okay, komm schon, komm schon, komm schon. Vielleicht schaffen wir es doch noch. Komm schon, schnell. Ich habe hier ein Kontakt. Ich habe Feuer. Das ist mir, der Knacken-Bud-Head. Ja, sehr gut. Schnell jetzt. Komm schon, holt das Ding. Das war knapp. Ich habe einen. Schnell jetzt, Herr. Mal sehen, wie sie das lieben. Ah, sehr gut. Zwei Kugas gehen auch noch mit in unser Besitz über und die Large Pulse Laser sind mit dabei. Das ist das wichtigste. Drei Stück sogar. Ziemlich cool. Gunman ist jetzt auch ein Regular, das heißt, wir können ihn künftig auf einen mittleren Max setzen. Das finde ich persönlich sehr schön. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.